You don't ever want to give me wings, you don't ever want to set me free But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Grüezi und willkommen in weiterer Folge von Escape Simulator Ja, letztes Mal haben wir, also, ja, Chefbüro angeschaut Jetzt kommen wir zu Fahrstuhl und Medveso Und nächstes Mal geht es zum Extra, also hier rein, bald ist natürlich auch Halloween Und da werde ich eventuell auch zwei Videos hochladen Mal schauen, was es so gibt Er gibt Falls ihr neu seid und die Folge nicht so verpassen Besser gesagt, alle Folge, noch ein Abo da Und wenn ihr das Video gefällt, noch ein Like Das würde mich sehr freuen Jetzt schauen wir rein, zu der Fahrstuhl Wow Schön Blau, so muss es sein 15 Minuten habe ich Zeit, um den Riesel zu lösen Was nicht, habe ich auch keinen Vokal Und hier oben ist gerade ein schöner Token Dankeschön Was haben wir hier, eine, was macht eine Pflanze im Lift Hallo So, was haben wir, ein Koffer Ein Aktenkoffer sogar Da habt ihr jemand vergessen Eine Banane Eine Brille Okay Was steht hier drauf Der Fahrstuhl ist noch immer nicht repariert Dreimal schnell hintereinander Zwei Und dann den Knopf für minus eins drücken Um die Tasche zwei zu erreichen Da sind noch ein paar zusätzliche gekommen Nice Was ist das? Ein Token? Ein Lappen ist es Ein Lappen Okay Ein Waschlappen Die ist auch nicht etwas versteckt Folge deinen kleinen Tonnen Crane Okay Was ist In der siebten Etage Hey Das wäre tatsächlich Ah, das ist Ach so Das heisst Sechs Sieben Vier Sechs Sieben Vier Ja Danke schön Darf ich Und Wozu Gut Gehen wir in die sechste Etage Ach so Zu Glück habe ich das Ausgewisch Aufge Also geputzt Nein Nein Wenn ich so betrachte Muss die zwei voll sein Ja Super Gut Wieder von vorne Gut Und das haben wir auch schon gelöst Dankeschön Das kommt Hierhin Gut Das hat mir auch schon gelöst Jetzt gehen wir zum vierten Moment Vierter Stock Siebis sechs Wo ist die drei und die fünf Okay Man kann viel lernen Viel lernen Wenn man den Raum zwischen uns Gedanken betrachtet Zwei 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 Sechs Acht Null Das Null Acht Sechs Zwei Zwei Sechs Null Acht Zwei Sechs Acht Null Ah Besser So Und da habe ich mir Auf dem Weg nach unten Sind Verschie Verschwunden Aha Äh Sieben Sechs Fünf Fünf Drei Fünf Drei Eins Wow Gut Andere Hälfte habe ich schon Was ist das Minus 1 Ein Token Ein paar Papier Ja das ist Bericht Schon ein bisschen fies Jemand Ein Akten Koffer Durchwühlen Ja gut Äh Erstens das Zweitens Das Viertens muss das da hier kommen Eins zwei drei Ja gut Ich habe jetzt alles gemacht Äh Passiert da irgendetwas Und die stehe ich hier Hier noch im Schlauch Achso Das ist das da hier Die zwei aus Tich aus Tich aus Tich aus Die drei hier Und die drei Ohr So Ein Schlüssel Ein weiterer Teil von Schlüssel Wow Cool Ich weiss Einer von diese Hinweise Für die Tipps Was ich so machen Dass es Eben Das da hier Hinausschaut 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 Aber Oder ist das So Achso Hä Was Das ist das Achso Da muss ich ja Selber drauf kommen Hab ich Dann hab ich halt Eine lange Leitung gehabt Und das Muss Der Fast Der Letzte Schlüsselteil Sein Nice Leider Leider Hab ich es nicht Geschafft Für ein Pokal Aber Dafür Hab ich Den Level Erfolgreich Gelöst Irgendwie Ab Zunächst Ab Zum Meter Versum Unzerbrechliches Schutzglas Da bin ich Ganz tief Unter die Erde Mal schauen Was ich Was ist das Was ist das Finanziell Das System Befindet sich In einer Erdlosschleife Der Virus Verteilt Sich von einem Server zum nächsten Bis alle Namen gelegt sind Ja okay Wer immer das gemacht Hat A B C D E F G H I J K L M M U P Q R S T U V V X Y Z Okay das ist A R E R A R E R A R E R A R E R A R E R B B 2 B Q R R E R X Y B B 2 C B B 2 B 2 B THinski B 2 B B 2 B2. Gart auf dieser Disc brauche ich, und da gart auf an, auf anderer Seite der Scheibe. Und ich komme hier nicht raus, ernsthaft. Moment, da habe ich ein Token gesehen, dankeschön, abc.de, ja, hier ist ein Kapp, wo das Kabel, was haben wir in unserer nächsten Kiste? Was ist das? Ein Pottery? Für was brauche ich? Kann ich? Kann ich natürlich nicht, aber dafür. Für dich. So. Jetzt habe ich eine Lippe. Hier. So sieht es nach 50 aus. Und was ist das? 74. Wow. Geht weiter. Wird er es erkennen, oder wird er das nicht erkennen? Da muss ich fast das nehmen. Oh. Beschädiges Disc. Gut. Äh. 3b. 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 Da nehme ich dich wieder raus. Etb. Nice. Und da haben wir. Und da haben wir. Er ist der US-Bestick. 3b. 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 4b. 1b. 4b. 5b. 4b. 6b. 5b. 6b. es ist natürlich was tippe ich so so dritter stick sollte hier sein und der satz ist 3b bekanntmachung kein zutief zum serverraum ohne befugnis ja ich bin wahrscheinlich unbefugt hier drin gelandet so ich probiere jetzt die squall aus was fanden was als ob das funktioniert hat so Das war's für heute. Ah, gut. Erraten und gemeistert. Ah, Moment, da habe ich Batterie. Batterie, wow. Jetzt bin ich hier im Vollert. Jetzt kommen wir hier. Okay, ich kann mal so. Äh, ich komme jetzt zurück. Rüber, rüber. Du gehst mal runter, du gehst mal runter. Und da gehe ich natürlich rüber und hab's natürlich. Wauw, wauw. Hey. Nein. Ähm. Wow, das ging schnell. Wo bin ich hier? Vieh in der Reihe. Gut, da kann ich nicht mehr. Da kann ich auch nicht mehr. So kann ich auch nicht mehr. Oh ja. Boom. Boom. Guck mal, w-was? Und da habe ich's. Und da habe ich's. Wunderbar. Omega, Omega Gesellschaft bin ich natürlich fertig. Nächste Woche kommt Halloween Special raus. Freut mich schon. Natürlich zwei Folge. Eine ohne Halloween. Und schon Folge sagt. Das wird. Ein lustiger Folge sein. Also, ich würde mal sagen. Ich fliege weiter durch die Bässe. Geg. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.